Hallo, meine lieben Leute. Inglaris Film Nerd ist speaking. Und es ist der Last Watch February. Ich rede über alle Filme, die ich im Februar gesehen habe. Es wird ein tolles Sammelsurium. Also, bleib dran. Ja, genau. Wie ich das auch schon im Januar gemacht habe, rede ich diesmal über den Februar. Da ist alles dabei. Da sind Kinofilme dabei, ein paar Oscarfilme, ein paar Serien. Einfach toll. Warum soll ich lange labern hier? Guckt es euch an. Das sind die Filme, über die wir heute reden. Das sieht jetzt ziemlich viel aus. Das liegt aber eigentlich vor allem daran, dass da auch eine Serie mit bei ist, bei der man auf Letterboxd jede Folge einzeln bewerten kann. Das habe ich natürlich gemacht. Die werde ich jetzt nicht so ausführlich besprechen. Also, keine Sorge. Ich labere euch nicht komplett zu. Aber eigentlich ist das ja der Sinn dieses Videos. Ja, das sind die Filme. Man sieht, vielleicht habe ich mich ein bisschen auf die Oscars vorbereitet, sozusagen. Habe ich ja letztes Mal auch schon ein paar Filme dabei gehabt. Okay, es sind diesmal auch nur drei. Aber ja, gucken wir uns das einfach mal an. Hauen wir einfach mal direkt rein hier mit dem ersten Film. Und das ist auch schon gleich der beste Film, den ich in diesem Video vorstellen werde. Es handelt sich um The Holdovers. Ja. Ähm, wer sich nicht so viele Oscars interessiert, hat das vielleicht nicht mitbekommen. Aber der hat ziemlich viele Nominierungen bekommen. Unter anderem auch als bester Film. Und, äh, auch unabhängig davon wollte ich mir den gerne mal angucken. Ich gucke jetzt sowieso ja nicht alle Filme, die nominiert sind oder so. Ich gucke mir nur die an, die ich mir sowieso angeguckt hätte. Und dazu gehörte auch dieser hier. Und ich bin sehr begeistert davon. Also, es gehört auf jeden Fall zu den Highlights der ganzen Oscar-Nominierungen. Ähm, so zusammen mit Poor Things und Das Lehrerzimmer sind das so meine. Das sind die drei besten Filme für mich, die ich, äh, die im Oscar-Rennen sind. Ähm, es ist lustigerweise so eine Art Feel-Good-Komödie oder so ein typischer Feel-Good-Film ist das eigentlich, wo ich eigentlich überhaupt nicht so der Fan von bin. Aber der hat es irgendwie geschafft, dass die Formel aufgegangen ist. Es geht hier um einen, ja, um ein Internat, Privatinternat. Äh, und, äh, es gibt immer ein paar Schüler, die über Weihnachten nicht nach Hause fahren, aus irgendwelchen Gründen. So wie Harry Potter. Und, ähm, ja, dieses Jahr wird leider, äh, der Lehrer ausgewählt, den alle hassen, äh, auf diese Schüler aufzupassen in der Zeit. Also, äh, den Lehrer hassen nicht nur die Schüler, sondern auch die anderen Lehrer. Das ist ja der unbeliebte Lehrer mit dem Schielauge. Und der muss jetzt auf die Schüler aufpassen, die in den Ferien nicht nach Hause fahren. Und einer davon ist, äh, dieser linke Herr im Bild. Und die mögen sich natürlich gar nicht. Und das ist eigentlich so die Story. Und wenn man weiß, es ist eine Figur-Comedie, kann man sich auch denken, worauf das irgendwie hinausläuft. Und um was es da irgendwie so geht. Aber der Film hat es geschafft, das irgendwie auch so realistisch und dann auch so mit so einem guten Humor zu machen. Äh, dass mich das irgendwie nicht gestört hat. Und, ähm, was heißt nicht gestört? Das war einfach richtig gut. Das war so ein richtig schöner Film, wo man danach mit einem Lächeln aus dem Kino gegangen ist. Und das einfach mal wieder gedacht hat, ach, das war einfach mal wieder ein schöner Film. Und, ähm, ja, das ist eigentlich auch das Gute an diesem Film. Ähm, und Paul Giamatti in der Hauptrolle ist, äh, richtig geil. Also, ich, man kennt ihn ja irgendwie immer so aus ein paar Nebenrollen. Und hier, äh, ja, er ist auch für den besten Hauptdarsteller nominiert. Äh, ne, Nebendarsteller, stimmt, er ist als Nebendarsteller nominiert. Ja, gut, ist schwer zu sagen, ob er oder der Junge hier die Hauptperson sind. Ähm, ist ja auch egal. Ich würde ihm auf jeden Fall sowas von gönnen. Also, ich hoffe, dass er das kriegt, weil das echt mega gut war. Und es gibt ja auch speziell eine Szene, eine, ein Handschütteln, was einfach richtig gut ist. Und in dem Moment habe ich so gedacht, okay, das, das war der Oscar-Moment. Ja, äh, also wenn ihr mal wieder sowas richtig Schönes sehen wollt und nicht irgendwie was, was euch irgendwie komplett zerstört oder so. Ja, guckt euch den an. Es spielt auch über Weihnachten, aber es ist jetzt nicht so ein mega Weihnachtsfilm. Also, es passt perfekt, um den an Weihnachten zu gucken, aber man kann ihn auch, äh, so gucken. Weil er kam in Deutschland auch erst nach Weihnachten ins Kino, warum auch immer. Äh, ja, äh, kann ich nur empfehlen. Das ist schon meine Empfehlung des, äh, Monats auf jeden Fall. Äh, hier sind auch alle begeistert. Ja, dann haben wir hier als nächstes ein Kurzfilm, über den ich auch schon bei Radio Oberaffendorf geredet habe. Darum werde ich da jetzt nicht viel Worte drauf verlieren. Es ist von Wes Anderson ein Kurzfilm, ähm, nominiert als bester Kurzfilm. Ähm, ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein Kurzfilm-Fan, aber ich dachte, von Wes Anderson kann man sich das ja mal angucken. Und es ist auch so, es ist ein schöner Film, aber wie immer bei Kurzfilmen am Ende denkt man dann so, ja, warum habe ich das jetzt eigentlich geguckt? Also, ich weiß nicht, Kurzfilme können immer gar nicht, können nicht so viel erzählen. Das Einzige, was einen dann daran freut, ist irgendwie, wie es gemacht ist. Das ist halt diese typische Wes Anderson-Art. Aber mehr hat dieser Film jetzt auch nicht bewirkt bei mir. Wenn er nicht von Wes Anderson gewesen wäre, hätte ich den auch niemals mir überhaupt angesehen. Es sind, äh, die üblichen bekannten Schauspieler mit dabei. Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley. Also, äh, da, schon allein dafür lohnt sich das. Kann man ja sehen als wie so eine kurze Folge von einer, von einer Serie oder so. Aber es ist auch kein Highlight, drei Sterne halt, so. Oh ja, und dann habe ich Spider-Man Across the Spider-Verse nachgeholt. Der, ihr erinnert euch ja vielleicht, bei den Letterboxd Awards sozusagen auf Platz 1 der besten Filme des Jahres 2023 war. Wo ich ja im Video ein bisschen enttäuscht von war. Einfach nur, weil der andere Film auch schon mal, also Teil 1 war auch schon mal der bestbewerteste Film. Das fand ich irgendwie so langweilig. Ähm, ist natürlich Quatsch eigentlich. Aber, äh, ich habe ihn jetzt mal nachgeholt, weil er auch als bester Animationsfilm nominiert ist. Für die Oscars. Und den wahrscheinlich auch kriegt, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, und ich war, ich fand ihn viel besser als ich dachte. Also, ich fand den ersten eigentlich auch schon gut, aber irgendwie war es auch so, ja, das ist ein cooler Style und das ist lustig und das ist alles ganz schnell und so. Aber ich habe dann danach auch nicht mehr irgendwie viel daran gedacht oder bin irgendwie so vor Begeisterung ausgerastet. Das war hier schon ein bisschen mehr so, weil er macht eigentlich alles das, was der erste schon gut gemacht hat. Einen geilen Style. Alles schnell geschnitten. Es ist lustig. Und, äh, ja, man, sowas hat man halt einfach noch nie gesehen. Diesen Style und diese auch Vermischung von Stilen, die es da gibt. Die ist einfach mega cool. Also, ja, das macht einfach Bock. Sowas im ersten auch. Aber was er diesmal halt auch für mich noch mehr besser schafft, ist, dass die Story interessant ist und dass es spannend ist und dass ich wissen wollte, wie es weitergeht. Ähm, und das war im ersten irgendwie nicht so. Da war das irgendwie so eine klassische Handlung. Hier wusste ich gar nicht, was als nächstes passiert. Das ist immer gut bei dem Film. Und, ähm, ja, das hat da mir dann ziemlich Bock gemacht. Ja, ansonsten ist das natürlich auch ein mega hyperaktiver Film. Also, man muss sich irgendwie mega konzentrieren bei diesem Film, damit einem irgendwie nicht der Kopf explodiert. Und wahrscheinlich könnte man den auch irgendwie in Zeitlupe gucken und auf dem Hintergrund achten, was da alles passiert. Es ist, da steckt auf jeden Fall sehr viel Arbeit und Liebe drin. Und, ja, darum finde ich, ähm, kann ich jetzt doch nur sagen, was vielleicht, na gut, nee, zu Recht würde ich nicht sagen, dass er auf Platz eins ist. Da hätte ich da noch, äh, ich war ja großer Babylon-Fan und so. Aber, ähm, trotzdem kann ich verstehen, dass er auch so beliebt ist. Und ich finde, schon allein für diesen Style muss man sich den mal angucken. Das ist, sowas hat man einfach noch nicht gesehen, außer man hat den ersten schon gesehen. Ja, und, ähm, man kann auch warnen, sozusagen, er endet mit einem Cliffhanger. Also, der setzt auf den dritten Teil, auf den ich jetzt aber auch tatsächlich mehr Bock habe, als ich nach dem ersten auf den zweiten Bock hatte. Wenn sie verstehen, was ich meine. Ja, ich bin mal gespannt. Es sind ja auch für die Oscars nominiert beim besten Animationsfilm Elemental von Pixar und, ähm, der neue Hayao Miyazaki-Film, der Junge und der Reiher, über den ich ja in der letzten Ausgabe gesprochen habe. Und es ist irgendwie schwer zu sagen, weil, äh, Hayao Miyazaki gewinnt gerne mal einen Oscar, Pixar-Filme gewinnen gerne mal einen Oscar. Aber, und ich glaube, der letzte Spider-Man hat auch einen Oscar gewonnen. Also, das heißt für mich, die haben alle drei, äh, die gleiche Chance, finde ich sehr schwer zu sagen. Und es gibt ja auch noch diesen Nimona, oder wie der heißt, der interessiert mich jetzt nicht so, aber weiß auch nicht, ob der da eine Chance hat. Ich finde es schwer, mich da festzulegen, aber ich kann mir vorstellen, dass der hier auch wieder gewinnt. Und, also, der, weil der Pixar-Film ist nicht so stark, finde ich, und Hayao Miyazaki hat ja auch nicht, hat irgendwie auch nicht so funktioniert bei mir. Also, vielleicht ist es der. Ich finde es auf jeden Fall von den dreien den besten. So, weiter geht's. Oh, jetzt kommt ein Klassiker. Letztes Mal hatte ich ja viele Klassiker dabei. Diesmal sind das alles recht neue Sachen. Außer, ähm, der Gigant aus dem All. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal Der Gigant aus dem All gesehen, und zwar im Kino. Der wurde wieder aufgeführt in Hamburg. Ähm, und das war mega cool. Ich, das bin ja auch eher so zufällig reingeraten, weil ich hatte zu diesem Film überhaupt keine Beziehung. Ich weiß, dass es den gab und dass der auch viele Fans hat. Aber ich hatte nie irgendwie so, ah, den muss ich unbedingt noch irgendwann mal gucken. Ich dachte, ja, ich wollte den nämlich als Kind komischerweise nicht gucken. Also, ich weiß noch, 99, wie alt war ich da? Acht? Ich weiß nicht, ob ich es da schon mitbekommen habe, oder ich glaube, der hatte irgendwann auch noch mal so eine, hat so ein Release in, in, in HD oder sowas. Oder irgendwie noch mal ein Neurelease in Besser. Ich weiß nicht mehr, was das war. Äh, auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, als ich davon mitbekommen habe, war ich in so einem Alter, wo ich dann so gedacht habe, ah ne, Zeichentrick. Und das ist ja nicht mal von Disney und es geht irgendwie so um Roboter, kein Bock. Und dann habe ich den nicht geguckt. Und ich wünschte, ich hätte es, denn ich glaube, ich hätte den auch damals ziemlich cool gefunden. Ich kann aber nur sagen, dass der jetzt, wenn man den jetzt mit 100.000 Jahren, so alt bin ich nämlich, guckt, funktioniert der immer noch. Der ist einfach richtig gut. Also, holt den nach, wenn ihr das noch nicht, wenn ihr den auch noch nicht kennt, so wie ich. Der ist ja vor allem von Brad Bird, was ich da auch erst gecheckt habe. Der, gut, der hat hier diese Pixar-Filme gemacht, die nicht mal unbedingt meine Lieblings-Pixar-Filme sind. Aber der Mission Impossible-Film, den finde ich gut. Ghost Protocol. Ja, und vor allem ist es auch mal interessant, so einen Zeichentrick-Film aus der Zeit zu sehen, der nicht von Disney ist. Und ja, es gibt ja sowas auch nicht mehr. Also, das habe ich vor allem danach gedacht. Warum hat Disney, hat sich ja irgendwann auch auf Animations-Filme gesetzt? Die haben zwar Pixar aufgekauft, hätten dann ja diese Animationssachen einfach bei Pixar lassen können und weiter ihre Zeichentrick-Filme machen. Warum ist Zeichentrick eigentlich so out? Warum haben diese 3D-Animationen die Zeichentrick-Filme ersetzt? Das ist doch nicht besser. Das ist einfach was anderes. Warum kann Disney nicht einfach mal mit Zeichentrick auch mal wieder was machen? Die haben doch jetzt hier, dieser Wish kam jetzt heraus, das sollte ja irgendwie so eine Hommage an alte Disney-Filme sein. Warum macht das denn der nicht einen Zeichentrick? Warum muss alles animiert sein? Das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist doch einfach nur ein anderer Style. Ja, und darum war das so richtig schön, sowas mal wieder zu sehen. Der war lustig, der war immer noch lustig und der war einfach schön. Ja, es geht hier um einen Jungen und bei dem im Wald taucht plötzlich dieser Gigant auf und er entdeckt den und versucht den geheim zu halten vor dem Militär, was den irgendwie auch sucht, was auch auf den aufmerksam geworden ist. Und dieser Gigant scheint aus dem Weltall zu kommen und irgendwie auch, ja, der Junge bringt ihm dann irgendwie alles bei über das Leben. So, das kann man jetzt ein bisschen sagen. Ja, ich kann auch sagen, ich habe nicht geheult. Alle fragen mich danach immer, und hast du geheult? Weil das irgendwie so der Film ist, von dem man immer, wenn man davon gehört hat, weiß, da gibt es irgendwas ganz Trauriges und so. So hat das dann jetzt leider für mich nicht mehr funktioniert. Aber ich kann sagen, dass der Mensch, der neben mir saß, den ich nicht kannte, so sehr geheult hat bei dieser Szene, dass der ganze Kinosessel gewackelt hat. Und ich erst mal dachte, was ist jetzt los? Das war schon krass. Also der scheint noch eine ziemlich krasse Wirkung zu haben. Wahrscheinlich vor allem, wenn man den auch damals irgendwie gesehen hat. Aber der funktioniert auch so richtig gut. Also vier Sterne gebe ich dem. Ich habe ja The Hold Overs auch vier Sterne gegeben. Das sind, glaube ich, die einzigen Vier-Sterne-Filme diesen Monat. Und also ein richtig cooler Film. So, jetzt kommen wir zu der besagten Serie, wo man jede Folge einzeln bewerten kann. Es handelt sich um Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Eine Netflix-Serie, in der jede Folge eine Horrorgeschichte erzählt. Also der hängt nicht zusammen, so wie Black Mirror, nur in Horror. Und das wird präsentiert von Guillermo del Toro. Der hat eigentlich nicht so viel damit zu tun. Ich habe gedacht, dass der wenigstens eine Folge davon irgendwie inszeniert hat. Das stimmt aber gar nicht. Nur die erste Folge basiert auf einer Kurzgeschichte von ihm. Und da hat er auch am Drehbuch mitgeschrieben. Und die letzte Folge basiert auch auf einer Kurzgeschichte von ihm. Das war es eigentlich. Aber er steht halt immer am Anfang da, so wie bei X-Faktor. Und sagt irgendwie hier, das passiert jetzt. Was ich ganz cool finde. Ich habe ja in letzter Zeit festgestellt, dass ich gar nicht mehr so der riesige Guillermo del Toro-Fan bin. Obwohl ich den eigentlich voll mag. Und der Typ ist irgendwie auch cool. Ja, und darum ist es ganz witzig, dass er das hier so präsentiert. Ich habe über diese Serie auch schon bei Radio Oberaffendorf gesprochen. Aber ich werde darum jetzt nicht über das Gesamte viel reden, sondern ganz kurz über die einzelnen Folgen reden. Aber auch wirklich nur kurz. Sonst reden wir hier ja irgendwie stundenlang. Also was ich sagen kann, das habe ich so ganz kurz über das Gesamte sagen kann, ist, dass die gesamte Serie in ihrer Gesamtheit irgendwie cooler ist als die einzelnen Folgen. Weil man diese ganzen einzelnen Folgen hat, die wirklich ultra unterschiedlich sind, die einfach die ganzen Facetten des Horrors irgendwie abbilden. Und das macht allein schon Spaß. Es macht Spaß, sich anzugucken, wie diese verschiedenen Regisseure das so angehen. Und da kann man echt lernen, wenn man irgendwie über Filme lernen will. Weil man da einfach erkennt, was so verschiedene Regisseure machen. Und das macht irgendwie Bock. Ich habe aber, glaube ich, keinem mehr als drei Sterne gegeben, keiner Folge. Ich würde aber, wenn ich die Serie insgesamt bewerten könnte, würde ich dir eine 3,5 geben. Ich hoffe, man versteht da meine Beweggründe. Und jetzt gucken wir mal in die einzelnen Folgen rein, ganz kurz. Die erste ist LOT36 von Guillermo Navarro. Das hat mir, was hat der nochmal gemacht? Nee, ach so, der hat sonst nichts gemacht. Genau, interessant. Ja, die ging vor allem sehr gut los. Also ich fand die ganz, oder vielleicht die ersten zwei Drittel, würde ich sogar sagen, fand ich richtig cool. Weil es so sehr atmosphärisch ist. Es geht hier um jemanden, der so eine Garage ersteigert, wo niemand mehr die Miete bezahlt hat. Das gibt es ja irgendwie. Und da ist dann aber etwas Unheimliches drin. Finde ich schon mal eine gute Ausgangslage. Ähm, und das wurde auch irgendwie sehr, fing alles sehr atmosphärisch an und so. Und es macht irgendwie Bock. Und die Hauptperson ist auch irgendwie so ein Arsch, hier gespielt von Tim Blake Nelson. Aber irgendwann wurde es dann alles zu quatschig. Also irgendwie auch mit Absicht. Aber das war dann irgendwie, dann kamen wieder so typische Horrorszenen, wie jemand sagt, du darfst auf keinen Fall dort lang gehen, sonst geschieht etwas Schlimmes. Ach, ich mache es trotzdem. Ach, sowas kann man auch nicht mehr sehen. Und dann war das zu Ende und dann dachte man so, okay, wow, das war es jetzt. Das war eigentlich richtig lame. Der ganze Anfang hat aber Bock gemacht. Darum habe ich es dann doch, dem dann doch drei Sterne gegeben. Dann haben wir Graveyard Rats. Ähm, von Vincenzo Natali. Den man kennt von Cube. Oder auch In the Tall Grass. Ähm, also auf jeden Fall jemand, der besondere Sachen macht. Und das merkt man hier auch. Also das finde ich auch cool. Ich finde den, also ich finde Cube und In the Tall Grass beide nicht mega krass. Aber auf jeden Fall ja sehr besonders. Und das finde ich eigentlich auch mal gut, wenn ein Regisseur halt so was einzigartiges hinbekommt. Und ja, man hat auf jeden Fall bei dieser Folge auch gemerkt, dass das irgendwie von einem besonderen Regisseur ist. Äh, ja, es geht hier, es spielt irgendwie im Jahr, steht er jetzt nicht, weiß ich nicht, 1800 irgendwas wahrscheinlich, wie immer. Und, äh, um einen Grabräuber, der Gräber ausraubt. Aber er hatte ein großes Problem mit Ratten. Die Ratten klauen ihm irgendwie immer vorher die, die wertvollen Gegenstände. Und das, ja, führt dann zu Rattenhorror. Ich habe jetzt nicht so Angst vor Ratten. Ähm, darum gruselig fand ich die Folge jetzt nicht. Aber sie war, ähm. Ja, sie war unterhaltsam einfach. Ich fand es interessant. Es gab auch gute, ähm, praktische Effekte später dann. Und ich fand das Ende dann irgendwie auch ganz cool. Das Ende hat mich dann erst überzeugt. Ich war die ganze Zeit so, ja, ist ganz cool. Aber man hätte dem dann vielleicht 2,5 nur gegeben. Das Ende fand ich dann, obwohl es vielleicht auch erwartbar ist, irgendwie hat es mir gefallen. Und dann habe ich da nochmal einen halben Stern obendrauf gegeben. Ähm, ja. Und dann kommt der, die beste Folge auf jeden Fall. Ich habe ihr zwar auch nur 3 Sterne gegeben. Da erkläre ich mich gleich. Ähm, das ist aber auf jeden Fall die beste. Also ich müsste der eigentlich 3,5 geben. Ähm, die Autopsy. Hätte ich nicht gedacht, dass ich die am besten finde. Sie fängt sehr, äh, schon mal cool an. Irgendwie so ein bisschen Stephen King-artig. Äh, irgendwie in einer Mine ist ein Arbeiter, der plötzlich da irgendwie so eine komische Art Kugel wirft. Und dann explodiert irgendwie was. Und dann sind Leute in dieser Mine tot. Inklusive ihm selbst. Und das wird dann aber irgendwie noch verbunden mit einem Mordfall. Und das ist alles ganz merkwürdig. Dann suchen die irgendwie, ach nee, er selbst stirbt gar nicht. Stimmt gar nicht. Die suchen ihn dann. Und so. Also es ist dann irgendwie erstmal aus der Sicht von so einem Mordermittler gezeigt. Also, und man weiß noch überhaupt nicht, wo das so alles hinführen soll. Aber es gibt dann auf jeden Fall eine Autopsie von diesen Bergarbeitern. Ähm, mit hier der Autopsie-Mensch, gespielt von F. Mary. Abraham. Und ja, dann gibt es zum einen typischen so ekligen Autopsie-Leichen-Aufschnittsszenen. Und die sind echt eklig. Also ich habe ja schon viel gesehen. Aber das war echt, äh, ausnahmsweise fand ich das auch mal eklig. Das war echt gut dargestellt. Ähm, ja. Und ich finde, was dann alles so passiert, ist mega cool. Und, äh, auch echt fies. Also das ist sowas, wo man dann am Ende denkt, Alter, das ist so gemein. Und auch eklig und, und brutal. Da gibt es echt Szenen, wo ich so kurz davor war, wegzugucken. Was ich normalerweise nie irgendwie mache. Weil ich so mega tough bin. Ähm, ja. Also das war sowohl von der Story als auch von der Ausführung echt cool. Den, und, ähm, genau. Ich habe dem dann nur drei Sterne gegeben, weil ich den, es lag an mir. Ja. Es lag nicht an der Folge. Ich habe den gerade zu einem Zeitpunkt geguckt. Ich weiß schon gerade gar nicht mehr, was das war. Ach so, ja, ach, egal. Ich hatte andere Sachen gerade im Kopf. Habe trotzdem diese Folge geguckt und habe dabei schon gemerkt, dass ich gar nicht so richtig bei der Sache bin. Habe mich auch darüber geärgert. Ich hätte das gar nicht, hätte aufwenden sollen, wenn man Eiders weitergucken. Aber ich habe es dann doch zu Ende geguckt. Also, ähm, wenn ich den zu einem normalen Zeitpunkt geguckt hätte, dann hätte ich den, sie hätte eigentlich 3,5 verdient, diese Folge. Und dann habe ich natürlich geguckt, okay, wer ist nochmal David Pryor? Und dann habe ich gesehen The Empty Man, den ich schon lange auf meiner Watchlist habe, wo ich schon viel von gehört habe, dass der gut sein soll. Und das überzeugt mich jetzt noch mehr, dass, ähm, The Empty Man ich mir mal reinziehen sollte. So. Ich rede jetzt doch viel zu viel darüber. Na gut, aber das war auch die gute Folge. The Outside ist dann wieder, ja, geht so langsam bergab, finde ich. Ist von der Idee her ganz cool, weil es was komplett anderes ist. Ähm, äh, ja, es geht hier irgendwie um diese Dame hier, die, äh, irgendwie so die Außenseiterin im Büro ist und endlich dazugehören will und sich darum irgendwie so eine neuartige Creme ins Gesicht schmiert, die sie ihr diese Ausschläge bringt, aber sie hört halt nicht auf damit. Und ich finde es halt, dieses Thema ist ja ganz cool, irgendwie sowas in einen Horrorfilm einzubauen mit irgendwie, ja, Schönheit, Äußerlichkeit und dazugehören wollen. Und so, und das mit so einem Horrorfilm zu verbinden ist eigentlich ganz cool. Er ist auch sehr besonders irgendwie gemacht, also da hat man auch gemerkt, dass die Regisseurin irgendwie schon einen besonderen Style hat. Und dann habe ich danach gesehen, aha, A Girl Walks Home Alone at Night ist auch ein Film, der auf meiner Liste steht, der auch ganz cool sein soll. Aber irgendwie war mir der dann doch zu quatschig und auch so jetzt von dem Horrormäßigen hat das auch irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Also gruselig oder irgendwas fand ich das null. Und dann hat man auch am Ende so gedacht, ja, okay, war ist okay, kann man gucken, 2,5, aber ist auch kein Brüller. So, ne, was macht mein Drucker jetzt hier für Geräusche? Bitte hören Sie auf damit. Entschuldigen Sie meinen Drucker, er hat manchmal Schluck auf. So, und jetzt kommen die beiden schlechtesten Folgen. Ähm, ja, wo ich dann auch sehr, ich es auch sehr lustig fand, als ich mir dann die Regisseure angeguckt habe, weil die nämlich auch nur Sachen gemacht haben, von denen man sich dann hätte schon denken können, dass die also nicht drauf haben sozusagen. Also ich finde, das meine ich halt, da merkt man halt voll gut, welche Regisseure irgendwie was können und welche nicht. Weil so von der Story her, das ist hier eine Verfilmung von, so, hier heißt er, ne, der Tentakelmann, der Horror-Tentakelmann. Ich google jetzt hier live. Keine Lust, das rauszuschneiden. Ihr könnt schon ruhig wissen, dass ich, äh, keine Ahnung habe von Horror. Mann, wie heißt denn jetzt hier der Typ mit dem ganzen Cthulhu und so? Cthulhu, wie schreibt man das? Äh, Cthulhu-Mythos. H.P. Lovecraft, so, wow. Eine H.P. Lovecraft-Verfilmung. Und es geht hier irgendwie um einen Kunststudenten, der auch irgendwie im 19. Jahrhundert oder so. Äh, und da kommt ein neuer Typ rein in den Kurs und malt ganz, ganz schlimme Bilder und wenn man die sieht, dann wird man verrückt. Ja, darum geht's hier. Hätte man cool machen können, wenn das ein anderer Regisseur gemacht hatte. Das ist hier aber sehr 0815-mäßig gemacht und dann auch einfach sehr langweilig. Also am Ende kommen dann ja schon so ein bisschen weirde Sachen mit coolem Creature-Design. Aber das ist auch das Einzige. Das ist das Einzige, was diese zwei Sterne da irgendwie... Die zwei Sterne stehen für dieses Ende mit dem Creature-Design. Alles andere war echt zäh und langweilig. Und, ähm, hier unten hat auch irgendjemand geschrieben. If you make a film about paintings so freaky, they make you tear your eyes out, they'd better be damn freaky paintings or you should just not show us the paintings. Ja, das kann ich nur so unterschreiben. I'm sorry, das hat irgendwie nicht funktioniert hier. Ähm, und, äh, der Regisseur, genau. Habe ich dann geguckt und da wusste ich, ah, okay, Firestarter, Stephen King-Verfilmung, nochmal neue Feuerkind verfilmt. Und da habe ich schon vorher, ich hätte eigentlich Bock, ich hätte das geguckt, weil ich das Buch gut finde und dachte, vielleicht ist die neue Verfilmung ja irgendwie cool. Und da habe ich nur überall gehört, der soll komplett scheiße sein. Der Film sollte nämlich eigentlich von Fatih Akim sein. Was hätte ich echt mal interessant gefunden, aber der hat dann irgendwie das Projekt verlassen und Keith Thomas ist eingesprungen. Ja, und er hat das wohl nicht so gut gemacht und das hat mir dann diese Folge auch gezeigt. Und genauso wie beim nächsten, da fand ich es noch witziger, wer diesen, das gemacht hat. Auch nur zwei Sterne, Dreams in the Witch House, ich habe mich mega gefreut, dass Rupert Grinter mitspielt. Der ist auch nicht das Problem, aber das war echt so, oh, so typischer, langweiliger Horror. Ich meine, das war, das war echt, das war schlechter als hier die Blumhouse-Horror, ne? Da hast du diese Figur, die man hier sieht, diese Hexe, die ist alles, was da irgendwie wirken soll. Die ist auch ganz cool, weil die, glaube ich, zumindest nicht animiert ist. Ähm, die ist auch, für sie sind wieder die zwei Sterne, aber ach ja, das funktioniert auch irgendwie gar nicht. Wie Rupert Grinter hat irgendwie, vor Jahren ist seine Schwester gestorben und er hat gesehen, wie die in irgendeine Welt gezogen wurde. Ich glaube, das ist auch eine H.P. Lovecraft-Verfilmung. Ähm, und versucht seitdem in diese Welt, in diese Unterwelt oder Zwischenwelt auch zu kommen, um sie irgendwie zu retten. Und es ist einfach nur noch langweilig und auch überhaupt nicht gruselig. Und dann habe ich geguckt, okay, warum ist das so ungruselig? Catherine Hardwick, wer ist das? Aha, die Regisseurin von Twilight. So, mehr sage ich dazu nicht. Ähm, und dann geht es nämlich auch langsam wieder bergauf. Und es gibt The Viewing, der nochmal komplett was anderes macht. Äh, ist so ein Neon-Horror. Also, das macht halt so Bock an der Serie, dass es so diese verschiedenen Horrorarten gibt. Ein reicher Millionär oder Milliardär lädt diese Personen, die wir hier sehen, ein. Die alle aus verschiedenen Richtungen kommen, berufen. Aber alle irgendwie wichtige Persönlichkeiten sind. Und sie wissen gar nicht, warum sie eingeladen werden. Mehr sollte man vielleicht auch nicht wissen. Äh, ja. Und das war cool. Cool, vor allem, weil das halt sehr lange auch nur in einem Raum spielt und die sich alle unterhalten. Und man so erfährt, was die so für Einstellungen haben. Und die unterhalten sich einfach so miteinander. Das ist aber trotzdem spannend. Und dann gibt es natürlich noch ein Horror-Ende, was auch cool ist und auch weird. Ähm, ja. Jetzt einen natürlich auch nicht irgendwie umhaut, aber das hat schon Bock gemacht. Und wer ist das hier nochmal? Ach so, der hat Mandy gemacht. Ja, den hab ich nicht gesehen. Das ist also nicht so meins eigentlich. Aber da merkt man auf jeden Fall diese Weirdness. Auch am Ende, das passt zu Mandy und wie dieser Neon-Horror halt einfach. Ja. Und dann haben wir als letztes noch The Murmuring. Oder das Rauschen oder so heißt es, glaub ich, auf Deutsch. Ähm, ja, fand ich, da dachte ich am Anfang noch, okay, das könnte mein Favorite jetzt sogar noch sein. Oder auf jeden Fall eins der Besten, weil es ist eigentlich so ein bisschen typische Spukhaus-Horror, was ich immer mag. Auch wenn es immer dasselbe ist, aber irgendwie mag ich das immer. Und es ist von Jennifer Kent, die den Barber Duke gemacht hat. Den Barber Duke ist auch nicht, ich finde den auch nicht so krass, wie man vielleicht denken könnte. Aber der macht schon Bock und da merkt man auch, dass die irgendwie was kann. Und es ist auch sehr ähnlich hier, weil es hier wieder, also nicht nur Spukhaus, sondern sie wieder, ja, so ein menschliches Trauma mit Horror verbindet. Und eigentlich auch wieder so ein Elternthema. Also es ist sehr ähnlich wie Barber Duke. Nur, dass bei Barber Duke halt der Barber Duke selbst auch echt ein cooles Wesen ist. Und hier gibt es sowas eigentlich nicht. Hier gibt es nur Vögel. Denn es geht hier um ein Vogelbeobachterpaar, die in so einem verlassenen Haus Vögel beobachten. Und dann fängt sie an, da irgendwas stimmt dann nicht mit dem Haus. Irgendwas ist da komisch. Darum geht es. Ja, ist auch ganz cool. Aber trotzdem hat dann am Ende die Autopsie gewonnen. So, das war, wie ich versprochen habe, ein ganz kurzer Einblick in diese Serie. Und bevor es mit Film weitergeht, kommt noch eine Serie. Hey, The Fall of the House of Usher. Wer meinen Kanal kennt, weiß vielleicht, dass ich auch großer Mike Flanagan-Fan bin, der diese Serie gemacht hat. Mike Flanagan, bekannt für Spuk im Hill House, Spuk im Blei Manor, Midnight Club und Midnight Mass. Er hat es mit Midnight. Ja, und Spuk im Hill House und Midnight Mass sind einfach zwei der geilsten Serien, die es gibt. Also ich habe ja auch mal hier die zehn besten Serien im Radio Oberaffendorf Podcast gemacht. Und da war Hill House auch mit drin. Und da musste ich mich nur, ich finde eigentlich Midnight Mass genauso gut, aber ich musste mich entscheiden. Denn der macht einfach guten Horror, Stephen-King-Jüngeren-Horror und hochwertigen Horror, der auch irgendwie was anderes bedeutet, als einfach nur James-One-mäßig erschrecken und Jumpscares machen. Ja, der gibt sich halt mal Mühe und macht was richtig Gutes und macht auch immer eine gute Stephen-King-Verfilmung. Und jetzt hat er seine letzte Netflix-Serie gemacht, bevor er zu Amazon Prime gewechselt ist und da jetzt den dunklen Turm von Stephen King als Serie verfilmen wird, was einfach das Geilste ist, was ich jemals gehört habe. Weil diese Buchreihe ist einfach eine der besten Buchreihen, die es gibt. Also falls ihr das nicht kennt, lest mal diese Buchreihe. Und jetzt macht Mike Flanagan auch noch die Serie dazu. Danke. Aber darum geht es hier nicht, denn er hat vorher noch The Fall of the House of Usher gemacht, was so eine Art Poe-Mash-Up ist. Also ich dachte, The Fall of the House of Usher ist auch eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, der Erfinder des Horrors. Sagen wir mal, Miterfinder. Der ja ganz viele Kurzgeschichten geschrieben hat und nur einen Roman. Das habe ich auch jetzt mit danach alles mal recherchiert. Und Mike Flanagan hat halt diese ganzen Geschichten hier in eine Serie sozusagen verfrachtet. Also der macht das ja eigentlich immer so. Also The Hill House basiert ja auch auf einem Buch. Aber wenn man sich mal durchliest, was in dem Buch passiert, das hat eigentlich überhaupt nichts mehr mit der Serie zu tun, sondern er nimmt ein paar Bestandteile davon und macht da was komplett Neues draus. Und hier ist das eigentlich auch so. Aber es kommen halt ganz viele Bestandteile von Edgar Allan Poe's Kurzgeschichten drin vor. Wie zum Beispiel der Rabe, das kennt man ja so vielleicht. Und ein Pendel und was man alles so kennt, kommt halt dort vor. Und es geht hier um eine reiche Familie, die so ein bisschen angelehnt ist an diese Oxy, an diesen Oxy-Skandal, sag ich mal, die Oxy-Krise in den USA. Da gibt es ja auch ein paar Dope-Sigs, eine richtig coole Serie darüber, wo ich das erst alles gelernt habe. Ich habe immer das Gehör, Oxy, wo das Wort kannte, ich wusste gar nicht, was da abgeht. Das ist richtig krass. Und das ist hier so ein bisschen angelehnt, eine reiche Familie, die halt auch mit Medikamenten ihr Geld macht, die die Leute sichtig macht. Also es sind eigentlich alles Arschlöcher. Und eigentlich sieht man dann in dieser Serie, wie einer nach dem anderen stirbt. Also es geht auch mit einer Beerdigung los. Darum ist das jetzt kein Spoiler. Und in jeder Folge stirbt ein Kind von Herrn Ascher. Und dabei lernen wir dann, warum das so ist und was da überhaupt los ist. Und so weiter. Und natürlich ist dann jede Folge auch so ein bisschen basiert dann auf einer Kurzgeschichte von Poe. Was ich alles vorher nicht wusste. Ich dachte, es wäre einfach nur die Verfilmung von The Fall of the House of Asher und habe das dann irgendwann so langsam gemerkt, als da irgendwie dann auch ein Rabe vorkam und ein Pendel. Da dachte ich, Moment mal, das sind doch alles Sachen von Poe. Der hat ja alles vermischt. Und das macht überraschend Bock, weil diese einzelnen Folgen sind für mich auch so das Coole. Also so richtig geile Folgen mit bei und auch immer so richtig krasse Enden, wenn am Ende dann der Tod kommt und dann so, Alter, was. Also wie auch die erste Folge endet, ist schon mal richtig krass. Oder diese Affenfolge. Also da gibt es echt, da muss man schlucken. Es ist nämlich auch ein bisschen anders als die Flanagan-Serien vorher, weil ich finde, diese Serie hier ist nicht gruselig. Also wenn man jetzt so voller Horror-Fan ist und erschreckt werden will und irgendwie sowas, das gibt es hier eigentlich nicht. Sie ist, ja, man könnte, ich würde jetzt mal sagen, brutal, obwohl man da jetzt auch nicht irgendwie ultra ekelhafte Sachen sieht. Also es ist auch nicht Saw oder sowas, sondern es ist eher so, das, was passiert, denkt man so, ah ja, das wäre so, das ist so krass. Ich finde, man sieht auch schon ein bisschen, man sieht auch blutige Dinge, ist irgendwie schwer zu sagen, ohne zu spoilen. Ähm, ja. Aber ich glaube, also man darf nicht zu sehr jetzt auf so eine krassen Horror-Serie irgendwie jetzt hoffen. Es ist eher ein, das ist schwer zu sagen, ein Drama mit so leichten Grusel-Elementen und brutalen Morden. Das ist ehrlich gesagt schwer zu sagen. Naja, guck dich das einfach an, weil das ist echt cool, es lohnt sich, 3,5 Sterne. Die anderen Flanagan sind 4,5 für mich. Weil, was dann am Ende ein bisschen blöd war, fand ich, war, dass man dann gemerkt hat, er wollte zu viel Poe-Sachen da noch mit einbauen. Also dann kam irgendwie, in den letzten Folgen ist das nicht nur eine Sache, also eine Kurzgeschichte, die da in der Folge verwurstet wird, sondern dann mehrere. Und dann kamen da plötzlich noch so, ich sag nur mal so, ägyptische Sachen da mit rein. Wo kommt das jetzt plötzlich hier an? Da hat man gemerkt, okay, er wollte einfach noch mehr damit reinbingen. Hätte man ein bisschen weniger verwenden sollen, dann wäre das ein bisschen runder am Ende gewesen, finde ich. Ja, aber, ey, es gibt auch mega gute Dialoge. Es spielt Mark Hamill mit. Und ich finde zum ersten Mal seit Luke Skywalker in einer perfekten Rolle für ihn. Ich finde, nach Luke Skywalker kam er ja, glaube ich, sowieso nicht mehr so oft vor. Aber wenn, zum Beispiel bei Kingsman oder so, war das irgendwie immer ganz komisch. Da hab ich immer gedacht, ja, irgendwie ist es komisch, Mark Hamill so zu sehen. Und hier ist das mal eine Rolle, die irgendwie perfekt auf ihn zugeschnitten wurde, so wie er jetzt ist und so wie er jetzt aussieht. Und das ist mega cool. Und sonst halt die ganzen Stammschauspieler von Mike Flanagan sind mit dabei. Und die machen das auch wieder cool. Allen voran Henry Thomas, der E.T. Junge, der ist hier wieder so cool. Und Raoul Kohli. Ich lese das hier gerade ab. Das kann ich hier ganz offen sagen. Aber der ist auch wieder mega gut. Also, die stechen so ein bisschen raus. Es sind eigentlich einfach auch alle cool. Ja, genau. Also, ich empfehle es. So, was haben wir jetzt? Jetzt kommen wir mal wieder zu Filmen. Ich bin hier schließlich der Inglourious Film Nerd. Und ein weiterer Oscar-Film, Society of Snow. Der ist als bester ausländischer Film nominiert und ich glaube auch für Make-up und sowas. Ja, es hat mich vor allem interessiert, weil er von J.A. Bajona ist, der auch das Waisenhaus gemacht hat, was einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Hat hier aber wenig mit zu tun, denn es ist kein Horrorfilm oder so. Es geht um das Wunder der Anden. Also, eine wahre Geschichte von einem Flug, der in den Bergen abgestürzt ist. Und die Leute haben dann da zwei Monate überlebt. Nicht alle. Und hier sehen wir genau, was passiert ist. Man kann sich ja vielleicht auch denken, was sie machen mussten, um dort zu überleben, wenn man irgendwo abstürzt, wo es kein Essen gibt. Also, das ist auf jeden Fall harter Tobak hier. Und der war echt cool. Also, ich bin eigentlich immer nicht so der mega Survival-Film-Fan. Was auch damals ein Grund war, warum ich immer Lost nicht anfangen wollte. Weil ich dachte, ich will nicht sehen, wie die da sich irgendwie ein Floß bauen oder irgendwie so versuchen zu überleben. Aber hier war das echt gut. Also, was sehr interessant ist, finde ich, dass es irgendwie keine Hauptperson gibt. Weil es heißt ja auch Society of the Snow. Also, es geht hier um die Leute, die diesen Absturz überlebt haben. Und um die alle geht's. Und ja, man fiebert da mit. Und es passieren ja echt so Sachen, wo ich dann schon dabei gedacht habe, Alter, ist das wirklich passiert? Und dann googelt man das nach und es ist wirklich so. Alter, was die mitgemacht haben, wie die das überlebt haben, ist echt krass. Und ja, darum kann ich den auch noch empfehlen. Er ist cool gemacht. Und was ich aber auf jeden Fall nochmal sagen muss, ist, dass die Musik von Michael Giacchino ist, der auch den Soundtrack zu Lost gemacht hat und der mein Lieblingsfilm- und Serienkomponist ist. Andere kennen ihn vielleicht durch Oben, wo er einen Oscar für gewonnen hat. Aber das ist so einer, den erkenne ich immer. Immer wenn ich einen Film gucke, oh, das war gerade wieder ein typischer Giacchino. Und dann sehe ich es im Abspann und so, ja, ich hatte recht. Dann fühle ich mich cool, weil ich es gemerkt habe. Hier war es so, dass vor allem am Ende eine Melodie kam, die einfach exakt die Lost-Melodie ist. Dö, 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 dö. Und so? Danke. Ja, ist okay. Nein, bleibt sitzen. Bleibt sitzen. Ja, die wurde hier einfach wiederverwendet. Und ich wusste nicht, dass es von Michael Giacchino ist. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, da hat jemand aus Versehen, irgendwie, weil er vielleicht unterbewusst an Lost gedacht hat, als er den Soundtrack komponiert hat, aus Versehen irgendwie so dieselbe Melodie. Also es ist natürlich nicht exakt gleich, aber so die ersten Töne sind gleich und die Akkorde sind gleich. Und das Instrument, mit dem das gespielt wird, nämlich eine Harfe, ist auch gleich. Also das war echt krass. Und dann lese ich im Abspann, es ist einfach von Michael Giacchino selbst. Er hat sich selbst kopiert oder das vielleicht auch mit Absicht gemacht, weil er gedacht hat, es geht hier wieder um Flugzeugabsturz. Also ich würde da gerne mal wissen, ob er das mit Absicht gemacht hat oder sich aus Versehen selbst kopiert hat. Aber es ist so gleich, das muss er doch merken. Er muss doch wissen, was er bei Lost gemacht hat. Also kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar Absicht war. So ein bisschen Meta-Soundtrack, weil es hier auch um Flugzeugabsturz geht. Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall mega cool, das Soundtrack. Kann man auch so hören, so die letzten Songs auf jeden Fall, ohne den Film geguckt zu haben. Aber ich empfehle natürlich auch den Film. Ist super. So, und dann haben wir hier, ach so, aber genau, ich wollte auch immer noch mal auf die Oscars eingehen. Bester ausländischer Film hatte ich ja auch schon, das Lehrerzimmer, die deutsche Einreichung, in der letzten Monat besprochen. Ich glaube aber, dass es The Zone of Interest wird. Das passt einfach mehr zu den Oscars. Ja, das ist jetzt meine Einschätzung. So, dann haben wir The Pale Blue Eye. Da halte ich mich kurz, denn auch darüber habe ich bei Radio Oberarfen, schon gesprochen. Ich fand den nicht so toll. 2,5. Es ist irgendwie so ein Standardfilm. Es ist zwar cool, weil Christian Bale mitspielt. Und, scheiße, wie heißt der Typ denn hier? Ist das Harry Melling? Nee, wer ist denn Harry Melling? Jetzt muss ich jetzt kurz durchgehen. Doch, der heißt Harry Melling. Okay, wusste ich nicht. Der ist so krass. Der hat Dudley bei Harry Potter gespielt. Jetzt ist es hier der Typ rechts im Bild und der spielt so geil. Immer wieder, wenn er jetzt irgendwo mit vorkommt, freue ich mich, weil er so cool spielt. Und auch hier wieder. Also, die sind auch irgendwie das Highlight vom Film. Der Rest ist so eine typische Gothic-artige 19. Jahrhundert-Mordgeschichte. Sowas wie Sleepy Hollow oder hieß nochmal hier dieser andere Johnny Depp-Film mit Jack the Ripper From Hell. Sowas irgendwie. Aber irgendwie war das mir alles zu lang gezogen und ich war nicht so dabei. Und dann kamen irgendwann so die Auflögen und habe mir gedacht, ach ja, krass. Und dann war der Film zu Ende. Irgendwie hat er mich nicht so gekriegt. Ich fand ihn jetzt halt auch nicht scheiße, aber mehr halt auch nicht. Dann eine Serie namens Clark, über die habe ich auch bei Radio Oberaffenhoff geredet. Da hat er das. Ihr seht, ihr solltet euch diesen tollen Podcast anhören. Darum halte ich mich auch kurz. Es ist aber irgendwie auch so ein kleiner Geheimtipp, weil ich glaube nicht, dass die so bekannt ist, obwohl Herr Xabo mir schon erzählt hat, dass er die sogar auch kennt. Greetings. Aber das kann ich darum echt mal empfehlen. Bill Skarsgård, der auch Pennywise von S spielt, spielt hier einen realen Verbrecher. Und zwar den Verbrecher, auf den das Helsinki-Syndrom zurückgeht. Nein, wie heißt das denn? Stockholm-Syndrom. Ja, und hier, es geht um sein ganzes Leben und wie es halt auch zu diesem Stockholm-Syndrom gekommen ist. Es ist lustig, es ist quatschig. Ich habe es verglichen mit The Great. Falls das jemand kennt, obwohl es natürlich ziemlich anders ist, aber der Charakter Peter, der Große, aus The Great, ist sehr ähnlich wie Clark. Clark, hier ist so ein Frauenheld und der irgendwie einfach macht, was er will und er hat kein Geld mehr. Ja, okay, dann grabe ich jetzt meine Bank aus. Und es ist auch einfach, es ist unterhaltsam, es ist lustig, es gibt sehr lustige Banküberfälle. Ich muss so oft sehr laut lachen. Ja, darum empfehle ich diese Serie. Mehr sage ich jetzt nicht. Soundcheck, auch cool. Ja, und dann den letzten Oscar-Film, den ich in dem Monat zumindest gesehen habe, ist Anatomie eines Falls. Auch echt cooler Film. Nominiert für Bester Film und weitere Oscars. Und auch Sandra Hüller, die dort mitspielt, eine deutsche Schauspielerin, ist auch nominiert für Beste Schauspielerin. Und das hat sie auch echt verdient, weil sie spielt hier echt mega krass. Es ist aber übrigens ein französischer Film. Ja, es geht hier um, Sandra Hüller ist eine Autorin und sie hat noch irgendwie Besuch von einer Journalistin. Ihr Mann macht aber so laut Musik an, dass sie das Interview nicht mehr weiterführen kann. Die Journalistin geht nach Hause und dann kommt das Kind vom Gassi-Gen zurück und sein Vater liegt tot im Schnee. Das ist dann irgendwie so die Ausgangslage und darum geht es. Und es geht um die Gerichtsverhandlungen. Und dass man halt die ganze Zeit nicht weiß, was ist da passiert. War sie das irgendwie, weil er so laut Musik angemacht hat, hat sie ihn aus dem Fenster geworfen. Oder wie, ja, genau. Man weiß es nicht. Es ist aber halt vor allem so ein Gerichtsdrama. Also es ist kein so ein irgendwie Whodunit. Hier steht zwar Did she do it, aber es ist nicht so ein Krimi oder so richtig, sondern es geht eher um diese Gerichtsverhandlungen und um das Drama halt in der Familie zwischen Mutter und Kind und was ist da eigentlich passiert. Und das ist sehr irgendwie nüchtern und realistisch dargestellt. Also diese französische Gerichtsverhandlung ist auch echt cool und interessant. Ja, und auch sehr besonders Regie geführt. Es gibt da auch sehr besonders inszenierte Szenen, finde ich. Also die Kamera zeigt hier alles auch manchmal sehr nah. Man sieht also nie irgendwie den Typen da irgendwie mal in der Totalen im Schnee liegen, sondern man sieht das alles so nah am Kind dran und so. Das ist mega cool. Man weiß die ganze Zeit nicht, war sie das jetzt oder nicht. Und es kommen immer wieder irgendwelche anderen neuen Sachen raus. Und ja, also der ist schon mega cool. Irgendwie auch sehr, ich habe so danach gedacht, es ist voll der intellektuelle Film. Also so einen Film hätte ich vorher irgendwie als Jugendlicher auf keinen Fall geguckt. Da wäre ich eingeschlafen. Und auch wenn man jetzt irgendwie so eher so ein Typ Too Fast and Furious ist, dann wird man diesen Film niemals im Leben gucken oder gut finden. Aber ich bin halt sehr, sehr intellektuell und schlau. Und deshalb finde ich den gut. So, ähm, ja, dann, okay, gut. Die letzten drei machen wir jetzt auch nochmal ein bisschen schneller. Das ist auch hier, das ist, glaube ich, der, vielleicht der blödeste Film, den ich irgendwie in diesem Monat geguckt habe. Day Shift. Ein Netflix-Film von 2022. Und das ist so ein typischer Film, wo ich echt keinen Bock mehr habe, mir sowas anzugucken. Äh, es geht hier um Jamie Foxx, der Vampire jagt. Und diese Welt, die da erzählt wird, ist eigentlich auch das Coolste an dem Film. Es gibt irgendwie so Vampirjäger, das ist aber so eine Agentur, oder die nennen sich die Gewerkschaft. Und dann werden so die Vampirjäger losgeschickt und müssen irgendwie Vampire töten. Aber Jamie Foxx legt sich irgendwie mit den Falschen an und dann hat er noch irgendwie einen neuen Kollegen, muss er, hat er kriegt er zur Seite gestellt von Dave Franco, der irgendwie nervt. Ähm, wir sehen hier auch noch, dass Snoop Dogg auch noch irgendwie mitspielt. Lustigerweise spielt auch Oliver Masucci in einer Nebenrolle mit. Ja, und dann, die Kämpfe sind cool, stimmt. Das ist auch noch das, echt gut, die Kämpfe mit den Vampiren machen Bock. Vor allem der allererste Kampf, den man sieht, gegen so eine Vampir-Oma. Da habe ich noch gedacht, okay, das wird cool. Aber alles andere ist so langweilig. Zwischendurch soll das dann irgendwie wieder ernst sein, wenn es irgendwie um seinen Familiendrama geht, weil seine Ex-Frau will mit seinem Kind abhauen und er will, dass sie da bleiben. Dann ist es halt aber eigentlich auch kompletter Quatsch. Also diese Kämpfe sind auch eigentlich Quatsch, es macht aber Bock. Aber es ist auch einfach langweilig. Die Witze funktionieren überhaupt nicht. Dave Franco nervt einfach mega. Das ist einfach nicht lustig. Och, na, das war so ein Film, wo man auch irgendwann gedacht hat, hätte ich den mal irgendwie abgebrochen, aber jetzt gucke ich den einfach noch bis zum Ende. Also es ist auch kein Film, wo man irgendwie kotzt, aber Spaß hat man da auch nicht so wirklich bei. Das ist so ein typischer 0815-Netflix-Film irgendwie, wo man sich fragt, warum sowas eigentlich noch gemacht wird. Und der Film ist auch schuld daran, dass ich danach mich mal hingesetzt habe und meine Letterboxd-Watchlist, auf denen irgendwie 500 Filme sind. Und ich habe die mal aussortiert und habe alle Filme rausgeworfen, die unter einem Durchschnitt von 3,0 sind. Und nicht alle, manchmal gab es da dann noch irgendwie Gründe, warum ich die trotzdem sehen will. Aber da hätte ich mir den nämlich ersparen können mit einem Durchschnitt von 2,6, hätte ich wissen können, dass der scheiße ist. Na, ja. Tell Me Who I Am ist eine Netflix-Doku von 2019. Die ist auf jeden Fall besser als der Film gerade. Ja, das ist aber auch was, wo man nicht so viel drüber wissen sollte. Es geht hier um zwei Brüder, Zwillinge. Und der eine hatte mal einen Unfall und hatte seitdem Gedächtnisverlust von allem eigentlich. Er wusste eigentlich nur noch, wer sein Bruder ist. Und dann hat der andere Bruder ihm irgendwie alles so beigebracht, das Leben wieder nochmal neu. Also er war irgendwie jugendlich, als das passiert ist. Und ja, in dieser Doku geht es aber darum, dass der Bruder, dem Gedächtnisschwundbruder, anscheinend nicht alles gesagt hat. Und sagt ihm das sozusagen live in dieser Doku, was das ist. So, mehr sollte man nicht wissen. Das wird hier dargestellt. Und das ist auf jeden Fall krass. Also diese Story an sich ist echt krass. Was, aber ein bisschen, also ich meine, der hatte hier einen Durchschnitt von 3,7. Also sehr viele geben vier Sterne. Was für mich da aber irgendwie gefehlt hat, ist, ich finde, das ist eigentlich nicht gut für eine Doku. Das hätte ein Podcast sein müssen. Als Podcast wäre das perfekt, weil man muss eigentlich nichts dazu sehen. Und was man hier sieht, sind hauptsächlich nachgestellte Szenen, was ich immer überhaupt nicht mag. Also nachgestellte Szenen nicht so im Sehen mit Dialogen oder sowas. Das Gott sei Dank nicht, weil das kann ich überhaupt nicht ab, wenn dann da irgendwelche Dialoge vorgespielt werden von so Leinenschauspielern oder so. Aber man sieht halt die beiden, wie sie was erzählen. Und dazu sieht man dann ein Zimmer. Dann sieht man eine Lampe. Und dann sieht man Gras. Dann sieht man Regen. Weil man muss halt irgendwas dazu zeigen. Und da habe ich so den ganzen Tag gedacht, ja, eigentlich wird das als Podcast besser. Dann hören es wahrscheinlich nicht so viele. Darum haben sie es als Serie, als Film gemacht. Aber am Ende lohnt es sich dann halt trotzdem, weil man ist trotzdem so die ganze Zeit dabei. Obwohl es auch ... Nee, stimmt nicht, weil es ist halt auch auf 90 Minuten gestreckt irgendwie. Weil eigentlich das, was ja das Krasse ist, will man sehen, wie ... Okay, man will natürlich was über die erfahren und wie das Leben ist und was ihm erzählt wurde und so. Das ist ja alles klar. Und dann will man den Reveal haben. Aber es wird halt sehr lange, damit man auf 90 Minuten kommt, natürlich alles ausgebreitet. Und darum sind es nur drei Sterne. Aber die Story an sich ist halt so interessant und echt krass und heftig. Unglaublich könnte man auch noch diesen Worten hinzufügen. Und darum sind es dann schon drei Sterne. Ich habe jetzt auch nicht dabei die ganze Zeit gedacht, oh, wann ist das endlich vorbei oder so. So war es jetzt auch nicht. Ja, und dann haben wir als letzten Film Blood and Gold. Ein kleiner, feiner Drei-Sterne-Film. Da sieht man auch irgendwie, dass drei Sterne sind irgendwie sehr unterschiedlich immer, finde ich. Drei Sterne können so ein ... Das ist echt ein guter Drei-Sterne-Film oder so. Ja, sind nur drei Sterne. Das kommt eigentlich immer auf den Film an. Und hier ist es ein cooler Drei-Sterne-Film, sag ich mal. Eine deutsche Produktion von Peter Thorwart, der Bang, Boom, Bang gemacht hat, der richtig geil ist. Und das ist eigentlich auch echt krass, dass das ein deutscher Film ist. Der hat hier so Kampfszenen drin. Da habe ich dabei gedacht, das sind die besten deutschen Kampfszenen, die ich jemals gesehen habe. Bestimmt vielleicht nicht, aber auf jeden Fall mega gut. Ja, dieser Film, Blood and Gold, versucht so eine Art, ein Glorious Basterd zu sein. Was er natürlich nicht hinkriegt. Aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Denn es geht hier um das Ende des Zweiten Weltkriegs. Und man könnte jetzt denken, oh, deutscher Film, zweiter Weltkrieg, kein Bock schon wieder auf sowas. Ist aber was ganz anderes. Denn, ja, es ist halt voll palpig. Und deshalb der Glorious-Film-Nerd, äh, Bastard-Vergleich. Der Film geht so los, dass hier die Hauptperson, nee, das ist ja gar nicht die Hauptperson, die man da sieht, aber auf dem Plakat, ich schätze mal, ist es Robert, Robert Maser. Der gehört eigentlich auch zu den Nazis, wollte aber anscheinend desertieren und wird von seinen Kollegen, äh, darum an Baumen aufgehangen. Aber bevor er stirbt, das sind jetzt gerade die ersten Minuten, darum verrate ich das, wird er von der Dame hier links im Bild gerettet, die mit ihrem behinderten Bruder in einer Hütte wohnt, in der Nähe von einem Dorf, und den natürlich verstecken will vor den Nazis. Das Problem ist aber, dass die Nazis in diesem Dorf in der Nähe bleiben, weil dort Judengold versteckt sein soll. So, das ist die Story. Es ist, hat darum auch etwas sehr Westernartiges, äh, wie man irgendwie auch schon so sieht an den Bildern, finde ich. Und auch die Musik ist mega Westernhaft. Und halt so diese Story, die suchen das Gold und irgendwie Fremde in der Stadt und so, das ist alles so ein Western-Thema. Ähm, aber halt so in der Nazi-Zeit. Ja, und das macht einfach Bock, das ist unterhaltsam, das ist natürlich jetzt nicht zu ernst zu nehmen, aber es sind richtig geile Fights da drin, die machen richtig Bock. Ja, und das macht einfach Spaß. Bis zum Ende. Ist eigentlich nie langweilig. Aber es ist halt trotzdem auch nicht mehr als drei Sterne. Weil es gibt dann schon zwischendurch so Szenen, die dann irgendwie, okay, jetzt nehmt ihr das wieder zu, doch zu ernst. Es ist doch eigentlich nur Quatsch. Also jetzt müsst ihr da nicht noch so, so, ja, so traurige, nachdenkliche Gespräche am Feuer oder so dazu machen. Oh, jetzt habe ich hier irgendwas gemacht. Ähm, aber ja, gestört haben die eigentlich auch nicht. Was ein bisschen gestört hat, ist, dass Alexander Scheer spielt den Bösewicht. Ich mag Alexander Scheer eigentlich auch, vor allem als Gundermann. Und der spielt hier so einen, ähm, komplett übertriebenen Nazi-Offizier, den Chef von denen, der so nur noch ein halbes Gesicht hat und so ne Maske auf hat. Also halt so ein richtiger Comic-Bösewicht. Aber natürlich spielt er den auch komplett übertrieben. Der nur so reitet. Bringt mir die Frau. Und so. Er ist halt so ein bisschen zu sehr drüber irgendwie. Ist natürlich Absicht, aber ich hätte halt so ein bisschen, hätte auch einfach normal reden können, wenn er schon ne Maske hat. Aber es ist nicht so schlimm, weil so viel kommt ja gar nicht vor. Also, macht irgendwie Bock dieser Film. So. Das war's, meine Damen und Herren. Und alle dazwischen und außerhalb, wie Jan Böhmermann zu sagen pflegt. Das waren die Februar-Filme. Und, äh, zum Abschluss möchte ich jetzt mal ganz kurz, okay, machen wir hier mal meine Listen auf und gehen in die Oscars rein. Noch ein bisschen kurz auf die Oscars gucken. Meine Prognose als, äh, keine Ahnung, Hava, nee. Ich weiß es auch, ich finde es dieses Jahr nämlich mega schwer. Was cool ist, dadurch macht es noch mehr Bock, das zu gucken. Ich habe jetzt tatsächlich alle Oscar-Filme, äh, sehen können, die ich sehen will. Wie gesagt, ich gucke nicht alle, die nominiert sind. Ähm, also, nämlich, darüber werde ich dann in der nächsten Ausgabe noch reden, über Elemental und The Creator habe ich noch gesehen. Der einzigen, den ich nicht geschafft habe zu gucken, ist Godzilla Minus One. Den hätte ich gerne gesehen. Ähm, aber der ist nicht mehr im Kino und halt auch noch nicht zum Streamen. Und, äh, ja. Das ist der Einzige, der mir fehlt. Sonst habe ich alle gesehen, die ich sehen will. Und ich finde es diesmal so schwer. Weil letztes Jahr war es ein bisschen langweilig, könnte man sagen, weil es klar war, dass Everything Everywhere All At Once gewinnt. Den besten Film. Und auch viele andere. Das war alles so ein bisschen vorhersehbar. Und diesmal ist es sehr spannend. Ich kann es diesmal echt nicht sagen. Hier oben sehen wir ja die besten Film-Nominierungen. Und ich finde, es kann, es kann so viel sein. Oppenheimer hat große Chancen, finde ich. Ich finde aber The Holdovers, ehrlich gesagt, guck mal, wie ist denn das hier sortiert? Hat das hier jemand, glaube ich, auch nach, wie er meint, nach Wahrscheinlichkeit sortiert? Und da würde ich dem sogar zustimmen. Ich finde, dass The Holdovers der typische Oscar-Überraschungs-Bester-Film sein kann. Wir erinnern uns vielleicht an Coda. Was so ein Film war, mit dem niemand gerechnet hat in dem Jahr. Man hatte irgendwelche anderen, ich weiß gar nicht mehr welche, da irgendwie auf dem Schirm. Coda hatte irgendwie niemand gesehen. Und das war nämlich auch so ein Feelgood-Film. Und oft gewinnt nämlich beim besten Film einfach der Film, auf den sich alle einigen können. Und das könnte The Holdovers sein, weil es halt so ein Feelgood-Film ist. Aber dem würde ich es auch voll gönnen. Und Oppenheimer ist halt so ein krasser, opulenter, aber dann halt doch nur ein Biopic. Darum denkt man, der könnte gewinnen. Aber vielleicht schnappt dann The Holdover dem das irgendwie weg. The Killers of the Flower Moon könnte auch gewinnen, auch wegen der irgendwie Native American-Thematik. Barbie glaube ich nicht und hoffe ich auch nicht. Poor Things wäre eigentlich, also ich finde von denen hier The Holdovers und Poor Things am besten. Und das fände ich halt auch noch geil, wenn Poor Things gewinnen würde. The Holdovers oder Poor Things würde ich echt gönnen. Ja, und die unteren da, glaube ich nicht. Maestro finden die meisten nämlich gar nicht so geil. American Fiction auch nicht. Anatomy of a Fall ist schon mega cool, aber irgendwie glaube ich, der passt nicht als bester Film, weil er zu langweilig sozusagen ist. Past Life soll auch eher langweilig sein. Was ich aber schon noch glaube, ist The Zone of Interest. Der wurde hier sehr nach hinten gepackt, aber der ist jetzt ja gerade erst in Deutschland rausgekommen. Und ich habe überall so viel Gutes darüber gehört. Und es geht um Nazis. Perfekt irgendwie. Aber eigentlich glaube ich es irgendwie doch nicht. Aber ja, also ich glaube, Chancen haben Oppenheimer The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Poor Things und Zone of Interest. Wobei Zone of Interest eher, ist schwer zu sagen, weil ich den nicht gucke und nicht gucken will. Nicht wegen dem Thema, obwohl das ein hartes Thema ist, aber da hast du diesen Regisseur. Also es tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ich gucke das, weil ich dachte, okay, da spielt auch Sandra Hüller mit und der soll irgendwie cool sein. Und irgendwie, es geht ja um irgendwie hier die Aufseher von Auschwitz, die neben Auschwitz einfach leben und ein schönes Leben haben. Man sieht in dem ganzen Film aber gar nichts von Auschwitz, sondern hört das nur. Also vom Thema her schon so ein krasser Oscar-Film. Dann habe ich aber schon mal gehört, okay, der soll auch so, der soll nur von weit weg alles gefilmt sein. Das sind alles irgendwie Totalen. Es soll alles so ganz distanziert sein. Es passiert in dem Film eigentlich gar nichts. Der hat keine Handlung, sondern ich sehe halt, das, was ich gerade gesagt habe, sieht man halt und man hört Auschwitz und das war's. Und da habe ich auch so verstanden, was das aussagen soll. Und dann hat er auch noch irgendwelche surrealen Szenen, irgendwelche Farben werden gezeigt und ein Mädchen, was Blumen pflückt. Da habe ich schon gedacht, kein Bock mehr. Und dann habe ich gedacht, wer ist denn eigentlich nochmal Jonathan Glazer? Ach, der hat Under the Skin gemacht. Und Under the Skin, ich hasse Under the Skin, habe ich abgebrochen. Sorry, aber der war einfach komplett langweilig und scheiße. So, ich bin, habe echt harte Gefühle gegenüber Under the Skin. So, jetzt beruhigen wir uns wieder. Darum möchte, hoffe ich eigentlich, ja, möchte ich den gar nicht gucken. Oppenheimer und The Hold Overs sind die beiden, ach und Two Things, das sind die drei. Das sind die drei, zwischen denen ich mich nicht entscheiden kann. Also, ich mich selber schon, aber wo ich, beim Tippspiel fällt es mir schwer, da zu tippen, wer wirklich gewinnen wird. Das ist echt, ich finde, Oppenheimer und Poor Things sind so die beiden offensichtlicheren, die beide aber auch sehr speziell sind, vor allem halt auch Poor Things. Und vielleicht ist das dann das, was die beiden nicht gewinnen lässt, weil sie dann doch zu speziell sind. Und dann ist The Hold Overs weniger polarisierend und könnte denen was wegschnappen. Das ist jetzt meine Prognose einfach mal. Ja, und die ganzen anderen, ich will jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen. Ich glaube zum Beispiel, dass The Zone of Interest dann den Sound Oscar gewinnt, wegen dieser angesprochenen Sound Thematik, obwohl The Creator auch echt geilen Sound hatte. Die Effekte könnte auch The Creator kriegen oder Godzilla. Musik glaube ich irgendwie auch an Poor Things, weil die echt abgefahren war. Barbie kriegt dann irgendwie so Kulissen oder so. Bester Nebendarsteller kriegt hoffentlich Iron Man von Oppenheimer, weil er echt krass gut war. Das hoffe ich sehr. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn, nee, dann ist nämlich doch, habe ich eben Quatsch geredet bei The Hold Overs, Paul Giamatti ist als Hauptdarsteller nominiert. Sorry. Der soll bitte den Hauptdarsteller Oscar kriegen. Das wäre richtig cool. Bitte, gebt ihm den. Ich finde das, den muss ich ihn kriegen. Und Emma Stone, bitte Hauptdarstellerin für Poor Things. Ja, das waren jetzt mal so meine Fourth Sense dazu. Sagt man das so? Egal. So, genug geredet. Meine Damen und Herren, als nächstes werde ich übrigens endlich mal meine 100 Lieblingsfilme vorstellen. Zumindest die ersten 10 Plätze. Also, haut rein, guckt viele Filme und wie immer sage ich am Ende schnibbelhabbeli du. is das mit dem aus. ARD Text im Auftrag von Funk